Willkommen bei BILDNER TV. Heute möchte ich euch einen kleinen Trick beim Microsoft Excel zur Eingabe von Daten zeigen. Ihr könnt nämlich zuerst die Felder markieren und dann die Daten eingeben. Was bringt euch das Ganze? Nun, ihr habt nur die Felder, in die ihr schreiben könnt, oder ihr könnt auch gleich mehrere Felder gleichzeitig befüllen lassen. Spart euch Arbeit, spart euch Zeit. Also, schaut es euch an. Hallo und willkommen bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und ich möchte euch heute mal wieder zurück zu den Grundlagen von Microsoft Excel bringen. Wir schauen uns heute an, wie ihr Daten eingebt. Keine Sorge, da haben wir schon mal ein Video dazu gemacht. Aber ich möchte euch noch eine kleine Möglichkeit zeigen, die auch viele Profis sicher nicht kennen. Und zwar könnt ihr zuerst die Felder markieren und dann die Daten eingeben. Was bringt das Ganze? Schauen wir es uns an. Also, hier das erste Beispiel. Ich habe hier einfach mal so eine Eingabemaske. Und in der Theorie würde ich sagen, normalerweise bastle ich das Ganze so, dass alle anderen Felder hier gesperrt sind, dass nur diese Felder aufrufbar sind. Dann könnte ich mit Tabulator-Taste schön zwischen den Eingabefeldern hin- und herspringen. Aber man weiß ja, Theorie und Praxis weichen leider häufig voneinander ab. Das heißt, ich habe hier eine ganz simple Tabelle, wo ich überall reinschreiben kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Namen schreibe, hüpfe ich einfach in die nächste Zeile. Ja, ich kann das Ganze ein bisschen beschleunigen, wenn ich einfach mit gedrückter Steuerungstaste meine ganzen Eingabefelder hier markiere. Und jetzt seht ihr, wir sind hier bei der letzten Eingabe, bei Kontaktpersonen. Und jetzt schreibt ihr einfach und bestätigt mit Enter. Dann schreibe ich jetzt einfach mal Müller rein und Enter. Und ihr seht, ich springe wieder zum Anfang. Und trage jetzt hier ein. Bauer, Martin, Enter. Wohnort, Passau, Enter. Postleitzahl, 94032, Enter. Und ihr seht, er springt immer gleich weiter, so wie ich markiert habe. Und da kann ich noch mein Telefon eintragen und fertig. Ja, und der Vorteil hier ist, ich bin deutlich schneller, wenn ich einfach mit Steuerung, klick, 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 die ganzen Eingabefelder markiere. Und jetzt einfach nur schreiben, Enter, schreiben, Enter, schreiben, Enter. Das Einzige, was ihr machen müsst, schaut hin, in welchem Eingabefeld ihr euch gerade befindet. Ja, und das Ganze kann ich noch ein bisschen cleverer nutzen. Ich kann auch gleich damit meine Einträge in mehrere Felder gleichzeitig vornehmen. Und bevor ich euch das zeige, all diese Tipps und Tricks findet ihr auch schon in unserem Grundlagenbuch. Excel 2021 Stufe 1 Grundlagen. Ich verlinke euch das Buch unter dem Video und ihr findet es auch auf unserer Webseite unter www.bildnerverlag.de. Und ihr bekommt sogar die ersten drei Kapitel kostenlos. Geht einfach auf die Webseite und geht auf das Buch Excel 2021 Stufe 1 Grundlagen. Dort könnt ihr euch die ersten drei Kapitel vollkommen kostenlos herunterladen. Und ihr könnt auch das Buch ganz kostenlos bekommen. Dazu müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben und mit etwas Glück gewinnt ihr in unserer wöchentlichen Gewinnspielbeziehung. Und dann dürft ihr euch ein Buch frei aus unserem Verlagsprogramm aussuchen. So, und wie mache ich das jetzt, dass ich immer den gleichen Eintrag habe? Auch hier habe ich schon mal in der nächsten Tabelle eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich habe jetzt hier extra nur mal Artikelnummer und zwar muss dreimal die gleiche Artikelnummer eingegeben werden. Auch hier wieder die Theorie, was ich mir wünschen würde, wäre eigentlich, dass ich mit istgleich die Daten aus dem ersten Eintrag übernehme. So sollte man das eigentlich machen. Also hier istgleich und ich übernehme das von dem ersten Eintrag. Und wenn ich im ersten Eintrag jetzt was reinschreibe, mit Enter wird das für alle anderen übernommen. Aber, Theorie und Praxis, sehr häufig findet man eben Excel-Tabellen, wo das nicht so der Fall ist. Und jetzt muss ich hier dreimal meine Artikelnummer eintragen. Kein Problem. Ihr markiert einfach wieder alle drei Zellen. Die erste anklicken, die nächsten beiden mit gedrückter Steuerungstaste. Jetzt habe ich alle drei Zellen markiert. Ihr tippt die Artikelnummer ein. In welcher von den dreien sich das befindet, spielt keine Rolle. Und jetzt drückt ihr nicht nur Enter, sondern ihr drückt Steuerungstaste und Enter gleichzeitig. Und ihr seht, zack, schon wird in alle markierten Felder das Ganze eingetragen. Das ist durchaus was, was ich immer wieder mal hernehme. Geht halt viel schneller. Und der Clou bei der Sache, das Ganze kann man sogar über mehrere Tabellenblätter hinweg machen. Ihr seht, ich habe hier mal für die Monate, drei Monate, Januar, Februar, März, habe ich hier drei Tabellen. Ihr seht, ich habe hier einen Januar, da kommt immer Name, Ort, Menge, Februar und März. Und jetzt habe ich einfach mal zwei, drei Namen, die ich hier eintragen möchte. Und die sind in jedem Monat identisch. Die brauche ich dreimal. Ich kann es natürlich jetzt einmal schreiben. Dann kann ich es markieren, kopieren und einfügen. Funktioniert. Gut, aber lasse ich das Ganze doch gleich automatisch machen. Ich klicke in meine erste, ja hier im Januar, klicke rein, da wo ich schreiben will. Und jetzt markiert ihr einfach mit gedrückter Steuerungstaste die weiteren Tabellenblätter. Hier unten Februar und März. Und ihr seht auch hier unten, ich zoome mal näher ran. Die sind jetzt alle drei markiert und unterstrichen im Vergleich zu denen daneben. Also ich habe jetzt diese drei Tabellenblätter ausgewählt. Und ja, jetzt trage ich hier einfach nur mal ein, Bauer, Enter, Müller, Enter, Schmidt, Enter. Ich könnte auch noch Ort und Menge, ich kann hier rumklicken. Ja, zum Beispiel bei Ort trage ich hier nochmal Passau ein. Das genügt jetzt. Ja und jetzt klicke ich mal weg. Ich gehe jetzt mal extra hier unten auf Adresseingabe. Und jetzt schauen wir uns mal an. Im Januar, da habe ich es ja reingeschrieben. Aber auch im Februar habe ich dieselben Einträge. Und im März. Und ja, gerade für solche monatsweisen Einträge ist das, finde ich, ein gutes Beispiel. Weil da habe ich ja nicht nur die drei Monate, sondern meistens zwölf Monate. Und so könnt ihr gleich alle zwölf immer gleich bestücken. Einzige Voraussetzung, dass ihr natürlich in denselben Zellen arbeitet. Ihr seht, alle drei Tabellen sind bei mir genau gleich gestaltet. Der einzige Unterschied ist, dass hier oben im B2 dann immer der Monatsname sich wechselt. Aber der erste Name, der wird hier bei mir immer zum Beispiel in B4 eingetragen. Was nicht funktioniert, wenn ihr jetzt zum Beispiel im Februar das Ganze jetzt hier an eine andere Stelle verschoben hättet. Dann funktioniert das Ganze natürlich nicht mehr. Weil dann streckt das auch wieder bei B4 ein. Ja, überlegt euch bitte, bevor ihr mehrere solcher Tabellen erstellt, wie ihr die Daten eingeben wollt. Auch da kann es oftmals einfacher sein, die Daten einfach mit Istgleich zu übernehmen. Also wenn ich hier wieder mein Beispiel schaue, ich mache es jetzt nur für Januar und Februar, dass ich hier im Februar zum Beispiel einfach nur mit Istgleich aus dem Januar hier die Daten hole. Und das Ganze dann nach unten ausfüllen lasse. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier was ändere im Januar, bei Müller schreibe ich jetzt mal Reinhard, Enter. Dann hat sich das natürlich sofort im Februar geändert, weil es mit dem Istgleich ja übernommen wird. Da gibt es jetzt keine generelle Anweisung, wie ihr es am besten machen müsst. Schaut, was ihr für Daten habt, wie ihr diese Tabelle anlegt. Und ihr seht, ihr könnt gleich mehrere Tabellen gleichzeitig ausfüllen. Ist auch fürs Erstellen interessant. Wenn ihr zum Beispiel schon allein diese Tabelle erstellt, kann ich hergehen und kann mir die Tabelle komplett erstellen. Übrigens geht es nicht nur für Einträge, sondern auch für Formatierungen. Das heißt, ich markiere alle zwölf Monate und schreibe drüber Name, Ort, Menge, schreibe einen Monat drüber, formatiere das Ganze mit Hintergrundfarben und Rahmenlinien. Und dann muss ich nur noch hergehen und monatsweise die Namen austauschen. Also Januar, Februar, März. Spart mir auch sehr viel Zeit. Also überlegt euch vorher am besten, wie ihr so eine Tabelle aufbauen wollt. Ja, kanntet ihr diese Tricks schon? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich habe festgestellt, dass genau solche Kleinigkeiten oftmals selbst Excel-Profis nicht alle wissen. Aber Excel ist so umfangreich. Deswegen gibt es ja auch unseren Kanal, dass wir euch da möglichst alles zeigen können. Ja und deswegen solltet ihr uns auch abonnieren. Dann verpasst ihr keins unserer Videos. Ich freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Wenn ihr euch genauso freut, leistet mir noch ein Like da. Bis dann. Ciao. Ciao.